cool reisebericht diese reise zeigte mir wie groß die welt ist wie groß die welt wirklich ist manchmal war es hart wie lagerten fast jede nacht draußen ich schätze den wert von abschied und begegnung neu so reise ein tag noch was sein ja alles ins lager und und Ich fühle mich nicht auf die Reise, die ich hatte. Ich fühle mich auf und bereit für eine neue Zeit. Nice. Was ist das? Begebt euch dann abends noch auf welchen nächsten Meilenstein es sein wird. Oh, Orakel. Okay, ich will mal hoch in den Friedhof. Okay, ich will mal hoch in den Friedhof. So. Wenn ein Zivilist stirbt, wird sein Körper innerhalb von weniger Tage nach seinem Tod zu sein zu einer Leichenhalle gebracht. Ob die Leiche zu Battals Totenkammer oder Vermunds Leichenhaus gebracht wird, hängt davon ab, wo sie gefunden wurde. Ah, der Erweckte kann die Toten mit einem Lazarusstein wiederbeleben, solange er Zugang zu der Leiche hat. Okay. Oh, wir haben keine Leichen. Okay. Okay. Wie viele Leichen können denn hier drin sein? Okay. Ah. Wow. Huh. So. So. Oh. Oh. Was ist das? Zeitvertreiben? Okay. So. 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 Okay, das ist die gesamte Karte. So. 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 So, dass ich die effektive Stanz erzeugen kann, um meine Kraft zu erzeugen. Es ist nicht unser Ort, um die Erinnerung zu schreien. Das Freudenhaus ist ein Etablissement, das auf die Laster der Adeligen und den Vermögenen Elite ausgerichtet ist. Eine Mitgliedskarte ist erforderlich, um Zugang zu erhalten und seine Dienste sind nur für jene Erdlich, die sich das leisten können. Auf jeden Stockwerk sind Kortisanen anzutreffen, die verschiedene Vorlieben bedienen. Leglich die Dienste derer im dritten Stock stehenden neuen Besucher, das ist Tess Blissmore nicht zur Verfügung. Nur gestetzte Stammkunden können die Platin-Karte erhalten, mit welcher man die Genuss der Gesellschaft dieser exklusiven Korte sagt. Ja, ich gehe lieber. Schloss Wermund. Schloss Wermund. So, wollen wir doch mal nach Haave gehen. So, Ich werde das hier sammeln. Es kann sein, oder? Halt schnell, Rizim! Ich werde dir mit dir in nur einen Moment sein. Ok. I don't think we're still here. It's well to be prepared, but over-preparation will serve us not. I would've preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, you'll tell that ring goes away. The paths to victory are myriad indeed. Diese Strategie nie würde mir nie passieren. Unglaublich! Ein bisschen zu hoch, ich denke? Hier! Streich mit Leibnizier auf deinem Seite! Ja So. Oh. Haha. Whoop. 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 Hehehe. Okay. Sprungwurmhaut, okay. Huh? No sense letting the enemy gain your hand, the early Griton gets the worm, as they say. Yow. War hier? Ne. Kein Lagerfeuer. No. 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 Wo kommt der denn her? So So An astounding discovery Oh So 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 Campen Äh Das sieht ekraft aus So Ist das Dorf jetzt wieder heile? Nö Immer noch nicht Schade Einfach mal ne Runde pennen You can count on me to fly to your aid in your hour Okay Okay Das klappt nicht Das klappt nicht So So Welcome Welcome Well met You will soon forget the fatigue of a long journey when treat I 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 Okay. But I've got the coin, I swear it, I simply, just, where is it then, eh? Bring the coin, all of it, or I'll call the Sentinels on you, again. Are we clear? The lad seemed rather ignorant of the world. Hasn't had anyone to show him the proper way I'd wager. Oh, tis you. You're a welcome sight. Okay. Forgive my boldness, but I've assured you'd be willing to lend me some gold. I swear, you'll be repaid in a trinket in yon's shop caught my eye. A small ornate box of... Alas, it would seem I do not have the coin. I can certainly procure, if you'd be kind enough to lend me the amount I... A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Okay, das haben wir doch im Inventar. Äh, nicht Inventar, sondern im Lager. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... The foremost hospitality, much obliged. The rules as you are said, is not good. Is there a lot I can do for you? Or, could it be with you? You bought it for me, thank you. You're a kind soul, pray... Yop. Ba-da-ba-da. He seems a young man of decent character. I believe his promise to repay your kindness was a genuine one. 1. 3. 9.